Herzlich Willkommen zu Let's Play Skyrim Salz ist wichtig, Salz braucht man zum kochen habe ich gelernt Was haben wir hier noch? Nix Wichtiges außer Brot Kartoffeln Deutsch, Deutsch brauche ich nicht Dann nehme ich den ganzen Korb mit, das will ich natürlich auch nicht Was fehlt hier eigentlich noch? Oberteil und Hose, ne? Und nen Helm, den kriegt ihr auch noch Ich bin immer noch da Was soll ich nehmen? Du bekommst mir jetzt Na das hat ja keine Rüstungswerte, aber das hat nur Rüstungswerte, deswegen kriegst du immer das für mich Und den Pelzhelm Ansonsten Ja, was sollst du das machen? Da hast du ja kein Schild Ihr geht vor, ich folge Ejo Das ist sowieso Das ist sowieso Bisschen vom Weg abgekommen Jetzt muss ich mich da hinten noch wieder ganz hin latschen Hier ist ein Weg Oder doch nicht, sind wir einfach am Weg abgekommen Ich dachte wir werden jetzt in mir auf einer Seite des Wassers zu des Schlusses oder so Was sind wir ja gar nicht Wir sind ja noch richtig Wir sind ja noch richtig So, den Kriegerstein wollte ich haben Wenn in dem Zeichen des Krieger steht, lehrt alle Kampffähigkeiten 20% schneller Das hätte ich halt gerne Gesegnet Vendal kommst du? So, wie muss ich denn das weiterlaufen nach Helden? Ich gehe ja schon richtig ig Ich gehe also Nicht geliebt. Moment halt. Ok, kurz und kurz später wär's. Und zwar hier. Da muss ich mich jetzt rechts rum nachhägen. So, da vorne haben wir noch irgendwas schon. Ich bin mal gespannt, was ich hier soll. What the fuck? Okay. Oh, God. Der Körper zerfällt zur Asche, als du ihn berührst. Aber irgendwie hat ein lehrendes Tagebuch den Angriff überstanden. Lies das Tagebuch. Was ist das? Äh, seh ich das nicht oben. Dieses Tagebuch enthält mehrere undatierte Einträge. Erst ein Tag. Schwer zu glauben, dass ich das ganze Tagebuch was gefüllt habe. Es war mir nicht klar, wie viel ich von C-O-Deal, äh, C-O-Deal noch nicht gesehen habe. Solch große Vielfalt, trotz der vielen Zerstörungen vom großen Krieg. Eine Menge Geschichte ging hier für immer verloren. Äh, äh, die Expedition wird bald enden und jeder wird nach Holz zurückkehren. Ich habe nur noch eine letzte Aufgabe zu erlegen, bevor ich dasselbe tun werde. Ich werde das andere Tagebuch meinen wahren und den von uns entdeckten Artifaten vorausschicken. Okay. Zweiter Eintrag. Ich habe Nachrichten von meinen Kontakten im Himmelsrand erhalten. Alles scheint ruhig zu sein. Vermutlich zum ersten Mal seit Großkönig Thurik getötet wurde. Ich sollte in der Lage sein, die ganze Nacht, äh, die Grenze bei Nacht ungesehen zu überklären. Zumindest dann, wenn dort keine kaiserlichen Patrouille unterwegs sind. Dritter Eintrag. Soviel zum Diskret sein. Ich habe die Grenze nahe eines kleinen Dorfes namens Helgen überquert und mich dann auf den Weg Richtung Dunkelwasserkreuzung gemacht. Ungleicherweise kann ich jetzt nicht mehr zu meinem Lager zurück, weil die Gegend von kaiserlichen Patrouille nur so wimmelt. Okay. Es scheint, dass sie nach jemanden suchen, jemand der wirklich wichtig ist. Wenn ich mich nicht irre, jemand den sie hier in einen Hinterhalt locken wollen. Das könnte genau das sein, was ich hier in den Himmelsrand suche. Aber es scheint eine sehr schlechte Idee gewesen zu sein, die Grenze in der Stille der Nacht zu überqueren, ohne die Grenzposten zu passieren. Vierter Eintrag. Ich bin diesen Morgen früh aufgewacht mit einem kaiserlichen Schwert an meine Nabe gepräst. Eine Patrouille fand mich, als ich unter einer Fälschmung kampierte, am Rande des vulkanischen Marschlandes. Ich vermute, ich war doch nicht so gut versteckt, wie ich gehofft hatte. Ich habe keine Ahnung, wohin sie uns bringen, doch ich wurde auf einem alten, klapprigen Kern verfrachtet gezogen von einem noch klapprigeren, aussehenden alten Gowell. Zumindest haben sie mir mein Tagebuch gelassen, vorerst. Fünfter Eintrag. War Schorsknoche, wenn ich es doch nur früher geahnt hätte. Der Hinterhalt. Die Gefangenen neben mir am Knarren. Sturmmittelrebellen und von niemand anderem angeführt als Ulfric Sturmmittel. Huis persönlich. Es bleibt keine Zeit, das genau zu erklären. Ich kann es selbst kaum glauben. Wenn der Drache nicht gewesen wäre, wäre ich nicht mehr da, um dies niederzuschreiben. Ja, ein Drache, groß, schwarz, so groß wie die Tür mit der Burg selbst. Er kam aus demnächst und legte das Dorf und die Burg in Trümmern. Wie kann er das Tagebuch geschrieben haben, wenn er jetzt verbrannt da liegt? Weil der Drache ist doch gerade weggeflogen. Na ja gut. Generatorius nahm mir mein Kopf heute nicht. Auch Köpfe und Versturmmittelrebellen. Im jeden Fall schon. Doch das ist jetzt nicht wichtig. Ich muss sehen, ob ich aus der Stadt... ...verschwinden kann und runter nach Flusswald komme. Jemand muss sie warnen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ein Drache. Genau wie in den Legenden. Niemand zu Hause wird mir das jemals glauben. Okay. Oh. Sollten das wir gewesen sein? Also wenn wir das richtige Leben genommen hätten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gehen wir mal in die Festung rein. Das ist alles gut. Oh nein. W Matte. Was ist es? Gungja, aha, den kennt man doch. Es gäbe quasi gerade den Weg, den wir gegangen wären, wenn wir die richtigen Dings gemacht hätten. Das richtige Leben. Gucken, ob wir hier auf Leute stoßen. Aha. Das möchte ich immer noch jetzt erst zusammen. Hier ist nun gar keiner mehr. Okay. Jetzt verarschen. Ich wollte was rausnehmen. Mann. Schönes Bild. Das wollte ich keinen Korb aufgenommen haben. Boah, ich will das hier rausnehmen. Ja, toll. Also kurz die Kurve wegwerfen. Wo habe ich die eigentlich? Hier, ne? Das ist ja alles. Kurve. Wo können ein Kurve drin sein? Hier? Das ist ein Schlüssel. Hier? Korb. Er fallen lassen. Noch irgendwas, was ich hier gar nicht drinnen haben will. Einmal. Wollte ich auch nicht. Eben, das glaube ich immer noch. Habe ich den nicht abgegeben? Das ist die Nachricht von Generatoria. Ich kann die noch nicht mal lesen. Äh, die Generatoria steht wo auch nicht. Aber hier sind wir geworfen. Wollte schlecht. Okay. Ist hier was drin denn? Nein, ist da noch was drin? Nein, ich werde gehen mal weiter. Da ist noch jemand. Da ist jemand fasziniert vom Feuer. Wie? Vielleicht. Ja. Warum lebt ihr noch? Hm? Ihr braucht etwas? Warum kraft ihr euch nicht an? Er töttet euch doch normalerweise. Hm, mysteriös. Das ist halt. Alles ganz anders hier plötzlich. Er lebt auch noch. Ihr braucht etwas. Nee, der nicht. Interessant, interessant. Muss ich sagen. So, das hier muss ich noch aufschließen. Das weiß ich noch. Jetzt habe ich auch funken gelernt. Ich habe keinen Bock auf Feuer. Ich will eher funken haben. Ach nee, ich muss das erst lernen, ne? Funken. Bestimmt, das sind gleich die Bücher. Hier sind doch so Bücher drin. Wie? Gibt es nicht eine Kürze zum Dings? Ne, da nicht. Äh, Magie. Da hat der F runter. Da hat der F drauf. Dann gehe ich hier hin. Das Dach auf. Speichern. Finde ich mich interessanter. Blitze. Ich habe ein bisschen leeren durch das hier. Schade. Noch nichts drin. Ich bin direkt hinter euch. Ja. Eben warst du direkt vor mir. War sehr belastend. Ich komme gleich zu den Bären. Oh. Oh. Ich bin da. Hier sind wir jetzt. Deswegen greift uns hier keiner an. Doch die Leute gar nicht hier sind, ne? Ich bin gerade. Ich bin gerade. Sieh an. Das geht sogar diesmal gar nicht hier weiter. Wie lol. wo sie irgendwo anders weiter gehen oder geht es allgemein nicht weiter das geht ja nicht weiter was okay damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet damit habe ich nicht gerechnet wenn ich ehrlich bin ganz süßig sehr interessant so 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 sieht das anders aus also gar nicht anders aus dass es da runtergesprungen sind und das waren wir hier leer so 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 Ich glaube, das ist besser für ihn, ne? Ich gebe euch Deckung. Was soll ich nehmen? Zeig doch. Ihr geht vor. Ich folge. Jetzt bin ich ja gleich da wieder. Jetzt bin ich halt hier wieder, ne? Ich werde hier gleich rausgehen. Nach Flussfall marschieren. Grau das hier gerade ist, alter. Lauf jetzt. Mal nix und einmal rechts. Ah, das ist die falsche Richtung. Hätte ich gerade. Ich bin gerade falsch. Hier geht es nämlich nach. Oh Gott, ich sehe das gar nicht. Eberstadt, da ist Haken und Drifton, siehste. Ich muss auf einer Seite raus. Daher muss ich da raus. Habe ich so ein schönes Tagebuch gefunden? Apropos Quest. Ja. Das habe ich jetzt auch vor. Aber jetzt mag ich das aber wenig so, wie ich das halt sonst spielen würde, wenn ich das in meinem Leben angefangen hätte. Von der Reihenfolge her auch. Tante, wie gut. Ja. Also, auch hier. Ich jetzt noch nicht so. Hier geht es. Ich weiß nicht. Aber ich will euch so. Ich weiß nicht. Da bin ich so... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Okay. Die sind Uferstode. Die Soldaten der Armee glitzern wie frisch gefallener Schnee und klappern so laut wie Töpfe in der Küche. Wir werden diesen Umgleuchtung unterlegen, wem dieses Land gehört. Schnarrig. Ich bin lieber falsch. Oder? Ne doch, ich bin richtig. Ich muss ja so rumlaufen. Der Mann mit der Fackel läuft hinten rum, ey. Ja komm, ich mach doch noch mal einen. Oh Leute, das ist auch da draußen. Ja komm, ich mach doch noch mal einen. Ja komm, ich mach doch noch mal einen. Das ist ja so rum. Das ist ja so rum. Da ist ja so rum. Ich muss ja so rum, wenn ich das rum. Ich muss ja so rum. Ich glaube, ich bin der Geist mir richtig, oder? Doch, bin ich, glaube ich. Nein, da ist er, äh, Flusslauf, äh, Flusswald, neul. Aber das ist nicht so geil. Ich muss gucken, ob ich dafür irgendwie noch einen Fix finde. Ja, tut mir leid, vielleicht. So, aber eigentlich muss ich diese Stadt hier warnen. Deswegen. Okay, ich penne. Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Ihr seid dieser Gast und habt ihr herumgeschnüffelt. Habt ihr letzte Gerüche gehört? Ey. Es heißt Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Hier. Bitte nehmt das als Zeichen meiner Freundschaft. Ich habe aber jetzt mal bekommen. Ich betreibe die Taverne. Nein, es ist. Ihr scherzt wohl. Ihr habt doch gerade erst ein Zimmer von mir gemietet. Schenkt mir ein Bier ein. Oh, das geht immer noch hier. Danke. Äh, wo war das? Hier, ne? Na, 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 find ich doch noch mal. Das ist nicht fremd. Wir haben schon wieder Schilde bestellt. Ich werde ein paar Hardholzbretter brauchen. Dann warte ich hier. 223, 24, 21, 23, 24, 5, 6, 7, 8 mache ich diesmal weil. Um 7 Uhr war doch voll dunkel. Nicht wieder so ein weiches Kief an Holz. Ja, die können wir euch besorgen. Wir sind gerade mit den Balken für die Katapulte fertig geworden. Aber wen warne ich dann? Mara segne euch für eure Bereitschaft uns zu helfen. Ein Drachen. Ich habe einen Drachen gesehen. Was? Was ist denn nun schon wieder Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügel grad geflogen. Drachen? Also bitte. Wenn es so weiter geht, jeder in der Stadt befandelt hat. Ein Drache hat Helgen gegriffen, wo die Stadt zerstört. Was? Ein Drache? In Helgen? Das erklärt, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter. Von Süden kommt. Ich hatte gehofft, er sei nicht das, wofür ich es hielt. Der Drache ist noch entlang geflogen. Sie müssen ihn noch gesehen haben. Ihr habt recht. Ich habe ihn gesehen. Ich wollte bloß meinen Augen nicht trauen. Ein Drache. Hier in Himmelswald. Was ist nur los mit dieser Welt? Erster Krieg, jetzt auch noch Drachen. Ein Unglück kommt selten allein, heißt es. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgrouf in Weislauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß, ob ich nach Weislauf komme, ich bin ja daran vorbeigelaufen. Aber an dem Weg nach Weislauf sehen wir jetzt in der nächsten Folge. Also bis dann. Schau you.